Musik Hallo miteinander, ich bin Paula Pigone. Ich darf meine Kunst, meine heilende Kunst im Wetziger präsentieren. Ich hatte heute ein super Event und konnte Teilnehmer mit diesen neuen Kunstwerken zeigen, wie man sich auf eine andere Art und wie man es mit Bildern verbinden kann. Wir sind das Ressort, ich bin die Sangerin Dasti. Und ich bin der Pienist Maiki, der musikalische Teil von diesem Musik-Duo. Und wir machen Positive Music Power. Das heisst, heute im Wetziger und am wunderschönen Sonntag haben wir ein Musik-Soring gemacht mit dem Thema Helabit. Diese Kunst wird für mich eine Türöffnung sein. Vielleicht auch eine neue Welt für gewisse Leute, sich mit seinem Herz zu verbinden. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das wird auch uns helfen, eine neue Verbindung zu anderen Menschen zu öffnen. Musik Das ist mir ganz, ganz wichtig. Musik Das ist mir ganz wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020